Hey und herzlich willkommen an meinem Mittagstisch hier zu meinem vorzüglich gekochten Linsendals. Ja, ich wollte nochmals mit dir ein bisschen besprechen hier, währenddem ich ein bisschen was esse und nachher dann auch gleich wieder weiter muss, im Kontext zur Herrscherinnenenergie. Die Herrscherin, die gehört ja, guten Appetit übrigens, zum Sternzeichen Stier und der regierende Planet vom Sternzeichen Stier ist die Venus. Das siehst du ja auch hier auf diesem Bild, sie hat auf der rechten Seite ihres Armes das Venus-Symbol und unten dran siehst du die Weizenähren. Und wir sind ja in dieser Zeit in einer sehr großen Veränderung, wo es um den Wertewandel geht. Und um all das, was in unserer Zeit in ein neues Licht kommen möchte und somit auch neu betrachtet werden möchte, im Sinne deiner Werte, im Sinne deiner Wahrheit, was für dich passt und was nicht zu dir passt. Und es ist auch klar und deswegen schreibe ich es ja auch immer unter jedes Video, dass das, was ich hier für dich darstelle, in keinster Weise mit dir in Resonanz gehen muss, deinen Werten entsprechen muss und auch überhaupt nicht den Anspruch darauf hat, dass du das übernehmen musst. Ja, in keinster Weise. Ich kann dir nur sagen, aus diesen Veränderungen, die wir durchlaufen und auch durchlaufen haben in den vergangenen 15, 20 Jahren, auch ausgehend von diesen Themen des Umweltschutzes, was natürlich auch in die Obhut der Herrscherinnenenergie gehört. Denn du siehst ja, sie ist sehr im Grün, sie hat sehr viele grüne Aspekte in sich, die Natur, die Erde, das gehört einfach zu ihr. Ja, und sie ist von ihrer ursprünglichsten Energie her auch erdig, ja, so wie ich jetzt hier mein Beluga Linsendal esse. Ja, also ich war gestern tatsächlich mal die gute Hausfrau und habe schön gekocht. Das kann ich natürlich schon auch, ja. Ja, aber was ich dir damit sagen möchte, ist, dass das alles in ein neues Licht kommt. Und ich war natürlich auch deswegen ein wenig in meinen Gedanken versunken, gerade auch deswegen, weil ich mir hier dieses Stahl kochen kann. Ja, weil ich alle die Zutaten habe, die ich brauche, um ein richtig gutes Stahl zu kochen, was ja nicht hier den üblichen Standardgerichten der Schweiz entspricht. Sehr logisch. Ich meine, ich bin, ich bin, ich wurde hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, aber ich bin indischen Ursprungs und natürlich tut es mir unglaublich gut, wenn ich auch meine Heimatkost essen darf. Und es gibt mir natürlich auch ein Gefühl von innerer Saturiertheit und auch gut in meiner Kraft, in meiner Energie stehen zu können. Ja, ich glaube, das geht bestimmt allen Menschen so. Und da ist es sicherlich auch ein Thema, dass wir das jetzt heute können, ja, dass wir hier in der Schweiz oder auch in Deutschland oder von wo auch immer in Mitteleuropa auf all diese Ressourcen zugreifen können, auf die Kokosnüsse, die hier in der Kokosmilch enthalten sind, ja, oder auch die Curries, die hier importiert wurden, die gesamten Gewürze und Kräuter, den Basmati-Reis, ja, dass das alles hierin kommt. Und das hat ja alles ellenlange Transportwege und natürlich damit verbunden auch diese Thematik rund um die Kosten dieser Transportwege und wie sinnvoll das ist. Und da gibt es natürlich jetzt auch im Kontext der spirituellen Betrachtung, und das ist immer so in der spirituellen Betrachtung, zweierlei Anschauungsweisen, ja. Das ist die eine, dass es Veränderung gibt, die wir hier aus dem menschlichen, realistischen Bewusstsein her auch anschauen müssen, auch verstehen müssen, dass es Globalisierung gibt, dass es Völkerwanderung gibt. Und diese Prozesse können ja nicht immer nur rational vollzogen werden. Es gibt eine irrationale Komponente und die da lässt sich nur über die spirituellen Prozesse erklären, ja, in ungefähr. Das ist auch nicht so, dass das immer nur klar ist. Genauso auch wie das Römische Reich zerfallen ist, was man sich ja auch kaum vorstellen kann, wie groß das einst war. Und in dieser Energie der Herrscherin geht es eigentlich auch in dieser Zeit, und das ist ein Prozess, der schon länger angestoßen wurde, um einen so großen Wertewandel, ja. Ja, also wo stehe ich? Kann ich mir mit gutem Gewissen dieses Curry jetzt hier kochen und auch leisten? Kann ich hinter dem stehen, ja? Unterstütze ich damit auch irgendwo ein Stück weit die Globalisierung? Damit verbunden auch die Brandrodung von gewissen Regenwäldern, damit wir uns hier dieses Curry leisten können, oder auch anderweitige Zusammenhänge, die daran geknüpft sind. Und das ist eben exakt jener Punkt, den ich auch in meinem anderen Orakel angesprochen hatte, über den weiblichen Schmerzkörper, dass hier ein neues Unterscheidungsvermögen entwickelt werden muss. Ja, auch ein Unterscheidungsvermögen dahingehend, was ist zumutbar, was ist zuträglich, was möchte ich unterstützen, und wo ist es eine falsche Entbehrung oder gar eine Askese, die nicht vernöten ist, ja. Und all diese Themen, die müssen innerlich für jedes Individuum natürlich auch individuell beantwortet werden, ja. Und natürlich ist es auch so, die Herrscherinnenenergie ist natürlich erdig, gehört zum Stier, Venus. Und erdige Energien, gerade auch wenn es um die Themen der Werte geht, sind von Natur aus konservativ, ja. Ja, gerade auch die Herrscherin hat einen sehr hohen mütterlichen Anspruch auch, und die mütterlichen Energien, die findest du ja unter anderem auch im Steinbock, beziehungsweise noch mehr in dem zugehörigen Planeten des Satons. Denn Satan gehört zum Mutterprinzip, und das Mutterprinzip hat jeweils immer auch mit Schutz und Fürsorge zu tun, insbesondere Schutz und Fürsorge für die Tiere, Schutz und Fürsorge für die Kinder, und somit auch Schutz und Fürsorge für die Erde, ja. Je nachdem, wo du stehst, wie du dich positionieren möchtest. Und somit auch in diesem Kontext, wenn man mit saturnischen Energien zu tun hat, insbesondere wenn sie in einem Angstfeld sich tümmeln, dass man das eher als eine Einschränkung wahrnehmen könnte, wenn man Grenzen gesetzt bekommt, ja. Denke an deine eigene Mutter, wann sie dir die Grenzen gesetzt hat, oder an deine Vorgesetzte, wenn sie dir Grenzen gesetzt hat, oder an anderweitige weibliche Autoritätspersonen, wenn sie dir Grenzen setzen, aktiv oder passiv, bewusst oder unbewusst, ja. Und diese Themen, das ist ein Thema der Werte, ja, in ihrer ursprünglichsten Form. Und das Setzen von Grenzen führt natürlich logischerweise zu Einschränkungen, ist aber dahingehend auch dienlich und notwendig, um diese saturnische Weisheit schöpfen zu können. Denn ohne diese Einschränkung und das Zurückgeworfenwerden auf einen selbst, kann ein Mensch sich nicht in seiner eigenen wahrhaftigen Tiefe auch erkennen. Und das ist letztendlich auch ein Geschenk, welches wir bekommen durch diese Einschränkungen, die wir hatten in der Vergangenheit, ja. Also diese lustige Corona-Krise, die wir durchlebt haben, um uns eigentlich mal einmal wirklich mit uns selbst auseinanderzusetzen. Und Menschen, die ständig immer nur im Außen sind, Außen, 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 die setzen sich natürlich nicht mit sich auseinander. Oder sie projizieren dann eben auch ihre Themen auf die anderen, geben den anderen die Schuld, sind frech zu anderen, betiteln die anderen als weiß nicht was, statt eigentlich bei sich hinzuschauen und zu erkennen, was die eigenen damit verbundenen Themen sind, ja. Und aus diesem Energiefeld genährt, erhalten wir auch die Möglichkeit, durch diese Abgrenzung, was auch dem Herrscherinnenprinzip dient und aus ihrer Kraft auch geschöpft wird, uns wahrlich erkennen zu können und somit in unsere Weisheit zu kommen. Und das ist somit eine ein wenig passivere Energie als jetzt wie aus der männlichen Quelle vom Herrscher, der autoritativ, konfrontativ, vielleicht auch diktierend auftritt. Aber sie kann das auch, wenn es denn sein muss, ja. Das ist auch spannend, diese Unterschiede zu sehen und auch zu spüren und zu erkennen, wo man steht. Und auch in diesem Wertewandel, in dem wir ja momentan zurzeit drin sind, auch in Bezug eben auf die Partnerschaften, auf die Beziehungen, auf die Mann-Frau-Thematik, findet auch durch diese Zeitenenergie, durch die wir ja aktuell gehen und schon einige Jahre dran sind, diese zu beschreiten, ein so großer Wandel statt, als dass es noch gar nicht bei uns angekommen ist. Und ja, wie gesagt, ich finde, es ist immer sehr wichtig, in diesem Kontext bei sich zu sein, bei sich zu bleiben. Gut zu überprüfen, was deine Werte sind und eben im Spiegel zum Außen auch zu schauen, ist es auch mein Wert, der vom Äußeren kommt, ja. Oder bin ich möglicherweise noch nicht so weit, weil ich die Essenz dieses anderen Wertes, dieses neuen Wertes noch nicht annehmen kann und ihn deswegen ablehne, ja. Und da sind wir ja schon bereits direkt schon im Feld der Projektionen, nur weil uns etwas nicht passt oder weil etwas Neues oder andersartig ist, dass wir in die Beurteilung fallen und somit andere anfangen zu kränken oder gar zu verletzen. Aber im Grunde genommen ist es eigentlich nichts anderes, als die Spiegelung unserer eigenen Beschränktheit, ja, welche wir durch diese begrenzenden Energiefelder, Herrscherinnen auch gespiegelt bekommen, um zu erkennen, wo wir uns mit unseren Anschauungsweisen und auch mit unserem Werteverständnis und mit unserem Wertemodell möglicherweise selbst begrenzen, selbst einschränken und selbst sabotieren und dadurch dann in die Projektion verfallen und, naja, das ganze Spielchen wieder von vorne anfangen zu betreiben. Also solche Prozesse, die können ins Uferlose gehen und sind recht unintelligent. Ja, sind recht unintelligent. Und das kann sich dann so lange aufwiegen, bis dann für den einen oder anderen, für das Individuum ein Schlag kommt, um erwachen zu können. Und deswegen habe ich hier auch noch diese Chemielflasche dazu genommen, Orange über Rot. Und Rot hat natürlich immer viel mit Erwachen zu tun, um in ein neues Bewusstsein, in ein geläutertes Bewusstsein, auch hin zu seinen eigenen neuen Werten und Wertmaßstäben zu finden. Und ich bin mir sicher, deine Werte sind nicht meine Werte und meine Werte sind auch nicht deine Werte. Wir haben irgendwo Schnittmengen, gemeinsame Schnittmengen, aber das ist auch gut so. Das soll auch gar nicht anders sein. Und dass wir uns in diesem Kontext auch respektvoll begegnen können. Ja, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste im Zuge dieser großen Veränderungen, dass hier nicht Schuldzuweisungen oder Projektionen stattfinden, nur weil man a, gewisse Dinge vielleicht noch oder nicht versteht oder b, weil man es anders haben möchte, deswegen andere anklagt oder beurteilt oder frech ist oder c, dann einfach überhaupt in ein Unverständnis stößt. Das Ziel dieser Prozesse ist nicht in diesem Sinne in jedem Fall die Trennung. Es kann die Trennung sein, wenn sich Menschen nicht finden können, aber das muss auch nicht schlecht sein. Die Wege dürfen ja auch durchaus auseinander gehen im Guten und in der Liebe, im Sinne dessen, dass man gesagt hat, hey, wir haben einen schönen Weg miteinander gehabt und jetzt kommt etwas Neues und ich gehe auf diesen neuen Pfad und das ist gut so. Und das Ziel eines solchen Prozesses im Rahmen der Herrscherinnenenergie in diesen großen Zeiten des Wandels geht dorthin, dass du offen sein darfst für eine neue Erde, die getragen wird von einem tiefen Verständnis für ein harmonisches Miteinander. Und das bedeutet auch, dass man durchaus anderer Meinung sein darf, aber respektvoll und eben unter der Wahrung der Grenzen der Anderen und dass du da nicht ständig in den Raum des Anderen oder der Anderen eintrittst und störst, ja, sondern achte die Grenzen der Anderen und achte auch die Grenzen von dir selbst und erkenne, welchen Wert du hast. Und man könnte somit auch eine Überleitung machen in diesem Kontext zum Thema Selbstwert, zum Thema Selbsterkenntnis, denn wenn diese Themen ja bei einem Individuum weitestgehend gut ausgebildet sind, kann man auch in einem selbstverantwortlichen Sein stehen, in einem Sein der Selbstliebe, sich selbst gegenüber, auch im Bewusstsein um seine eigenen Werte und kann den Anderen eigentlich sein lassen, ja. Man muss da nicht ständig an seinem Partner oder an seinem Kollegen oder an seinen Vorgesetzten oder wem auch immer herumnörgeln oder diese irgendwie beurteilen, sondern man kann sie sein lassen in Toleranz, im besten Sinne von Leben und Leben lassen und auch akzeptieren, hey, es gibt Menschen, die stehen dort und du stehst da und es ist völlig in Ordnung und du musst überhaupt nicht ihrer Auffassung sein und wenn es nicht passt, dann gehst du deinen Weg. Ja, also diese Freiheit soll und darf jeder haben, um sich weiterentwickeln zu können und manchmal ist es auch so, dass der eine oder andere nochmals eine Schlaufe dort machen muss, hier machen muss, um wieder an diesem Platz zurückzukommen, ja. Also ich finde es ein spannendes Transformationsfeld, auch eine sehr interessante Zeit, in der wir, ja, so in den letzten drei, ja, drei Jahre sind das jetzt schon knapp reingekommen sind, um uns neu betrachten zu können und das eben Grenzen beziehungsweise auch Beschränkung, Begrenzung uns eigentlich ermöglicht, in dieser Dichte und auch Dichtheit mit uns selbst zusammen sein zu dürfen, um uns erkennen und beleuchten zu können und wenn wir denn diese Lektion vollständig verstanden haben, dass sich dann diese Grenze von alleine löst und wir in eine neue Weite und auch in die Expansion treten dürfen, nämlich von unserem geläuterten Bewusstseins und das ist dann etwas ganz Tolles und so findet immer wieder auf neue Art dieses Wachstum und auch diese sinnvolle Erweiterung unseres Horizontes im Rahmen unserer Liebesfähigkeit und auch der Wachstumsfreude statt. Und die Herrscherinnenenergie hat natürlich klar auch mit Wachstum zu tun, denn sie wird ja sehr oft auch als diese schwangere Person dargestellt, die so fruchtbar ist, die so reif ist, die natürlich auch absolut urweiblich ist, um eben mit all diesen Themen, die ich eben genannt habe, gescheit umgehen zu können und das sind auch Aspekte natürlich, die gleichermaßen auf Seiten der Männlichkeit stattfinden. Ja, meine Liebe, mein Lieber, nun wünsche ich dir weiterhin einen guten Mittag und guten Appetit, falls du noch nicht hattest und bis bald, mach's gut, ciao!